Und es stimmt jetzt nicht so weit von Shakes and Fidget, paar Tage nach dem Gold-Event, aber ich bin gehypt, ich will heute ein bisschen was labern. So, das Gold-Event habe ich leider nur ganz wenig gezockt, also von diesen, wie viel Abenteuerlust hat man rein theoretisch 640 an zwei Tagen. Und da habe ich leider nur sehr wenig genutzt, denn ich habe, wie das der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, einen 24-Stunden-Livestream gemacht. Und ich muss sagen, hey, Schüchen, die werfe ich da gleich rein, 20 Millionen, nicht. Und ich muss sagen, die nächste internationale Spielwelt ist ja, glaube ich, W20. 20 ist so eine schöne runde Zahl. Ich werfe jetzt heute die Schuhe rein, das konnte ich im letzten Video nicht machen, weil da schon was drin war. Da kommen jetzt Kriegerschüchen raus, die sehen auch genial aus. Im Schneckenhaus, 517 Attribute, ich kann die leveln, sehr schön. Und der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich eigentlich nicht so Stream erfahren bin. Seit wann steht denn das so hier auf Stufe 129? Das kann maximal die Stufe. Und warum ist das nur in dieser Hälfte? Steht das schon immer so da? Ich klicke da immer eigentlich nur richtig schnell, mir ist das noch nie aufgefallen. Ja, und ich habe 24 Stunden durchgehalten. Und ich war nicht mal irgendwie dann schlapp am Ende. Ich habe durchgelabert. Deshalb, ich habe richtig Bock bekommen, wenn internationale Server W20 erscheint. Ich will auch auf meiner Website noch so eine Liste von allen Serverstarts posten, dass man so in etwa eventuell sehen kann, wann wird denn vielleicht wieder der nächste Server kommen? Wie war das? Vergangenes Jahr etc. 18.800 und ich habe 15.500. Also ein, zwei Epics noch. Und dann bekomme ich die Handschuhe endlich auf 9 und dann noch ein Level, dann habe ich sie komplett für das Achievement. Und wenn um 16 Uhr der Server, startet immer meistens um 16 Uhr, bis 24 Uhr ist ja der, Moment mal, habe ich das Mikrofon, ja das passt, bis 24 Uhr, dann ist ja eigentlich der Shakes and Fidget Tag zu Ende. Und das sind, sind das 8 Stunden von 16 bis 20 und dann nochmal 4 Stunden, ja genau, das dürften 8 Stunden sein. Und die einzige Sache wäre nur, wenn man, also im Stream, das ist ja alles, das sieht man alles, was ich zeige. Und ich muss ja auch zum Spenden in die Gilde immer reinklicken und ich weiß, viele Gilden machen besonders zum Serverstart immer so einen Hehl daraus, ein Geheimnis daraus. Wie weit sie ausgebaut sind, dass sie das den anderen nicht verraten. Ich meine im Prinzip, ich weiß nicht, das ändert ja gar nichts daran. Wie weit jetzt ein anderer ist, nur dass man nicht verrät, wie stark die Gilde jetzt ausgebaut ist, macht im Prinzip komplett 0,0 Nader Niente Unterschied. Aber was auch immer, das heißt, das wäre die einzige Sache, da müsste ich mir eine, da würde ich aber dann schon in einer ordentlichen Gilde zocken wollen. Aber, da müsste ich mir eine suchen, die nichts dagegen hat, wenn ich auf die Gilde klicke und wenn man den Ausbau dann sieht, weil das ist ja dann live. Das ist nicht einen Tag später im Video. Ich kaufe mir den, oder? Kaufe ich mir den? Elf Tage? Hm, Pilze muss ich mir kaufen, sehe ich gerade. Genau. Und wenn das die Gilde nicht stört, den Chat sieht man dann natürlich auch, wenn ich so den Chat zeige von der Gilde, beziehungsweise nur den Chat muss ich nicht zeigen. Außer ich will selbst was reinschreiben. Jo, aber da muss ich sagen, hätte ich echt richtig Lust, einfach mal den Serverstart komplett in einem Livestream zu zeigen. Das wäre doch mal was, oder? So, Akademie wird ja ausgebaut, Ressourcen werden reingetrudelt, Lucky Coins habe ich auch vergessen auszugeben, nur deshalb habe ich so viel angesammelt. Normalerweise, es sieht viel aus, aber ich habe jetzt die letzten drei, vier Tage nur einmal kostenlos gedreht. Also, so ein Serverstart, ich weiß nicht, ob ich den dann intensiv für immer komplett zocken würde, den Server, denn man kennt ja eigentlich so meine Einstellungen zu vielen Servern. Lieber weniger dafür krasse Server als ganz viele und auf jedem macht man nur ganz wenig. Hey, das sind ja Schuhe, sehr schön. Jo, aber alleine nur der Serverstart. Ich glaube, das würde schon bocken und alle Leute, die das Game vielleicht nicht kennen, wo war ich gerade? Ach so, beim Glücksrad. Alle Leute, die das Game vielleicht nicht kennen, kann ich Fragen beantworten im Stream etc. Und dann kann man gemeinsam mein Sammelalbum füllen, kann mir jemand helfen, wenn ich irgendein Item nicht finde. Also, man muss ja, am Anfang ist das Sammelalbum ganz wichtig. Level 10 erreichen, Sammelalbum holen und so weiter. Und dann sucht man besonders die Krieger-Items. Das sieht ja fast alles identisch aus. Und dann geht man hier, keine Ahnung, wie viele Spiele gibt es denn da mittlerweile? Boah, gibt man hier ein. Eins, 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 eins. So, dann findet man hier Krieger. Mhm, was hast du hier? Was hast du? Waren das jetzt andere? Gleich, gleich, gleich. Und dann kann mir zum Beispiel der Livestream-Chat sagen, Yo, Schilling, Spieler XY. Den gebe ich im Chat ein und der wird dann angegriffen. Ich meine, der Lars aka Zuschauer-LP hat, glaube ich, ab und zu immer diese, oder Terranigma, die haben immer die Server-Start so gestreamt. Darauf habe ich gerade echt Bock bekommen, mir das mal anzusehen. So, genauso muss ich mir die Steine ansehen. Also mal schauen. Aber, und das will ich auch sagen, ich verspreche nicht, dass wenn ich das mache, einerseits, wenn es überhaupt zustande kommt, dass es dann auch ein permanentes Server für mich wäre, vielleicht nur mal den Server-Start ansehen und dann sehen wir weiter. So, ich glaube, ich knall da in die Handschuhe mal den besseren Edelstein rein, denn die Handschuhe mache ich ja auf plus 10 und die werde ich dann vermutlich ein bisschen tragen. Gut. Was haben wir hier? Die sind nicht so extrem, als dass es sich lohnen würde. Die kann ich verkaufen, oder? Wie viele gibt es nochmal? Bam, bam, 6,2 Millionen. Nur wenn das jetzt eine krasse Steigerung für den ist. 670. Ja, hier drin, okay, ja. Hast mich überredet, von mir aus. Gut. Und genau, eine Sache noch. Ich verspreche nicht, dass ich auf diesem Server dann komplett zocken würde, für immer. Vielleicht nur die ersten Tage und Wochen, mir das mal ansehen ein bisschen. Aber kann ja auch zum Zusehen lustig sein. Und ich kann auch nicht versprechen, dass ich das zu 100% mache. Denn die Server-Starts sind spontan. Und vielleicht habe ich da schon was verplant. Vielleicht bin ich irgendwo und nicht zu Hause. Von daher, das muss man abchecken. Aber eventuell. Ich hätte richtig Bock drauf, muss ich sagen. Okay. Das wollte ich mal loswerden. Hätten wir das auch geklärt. Ansonsten, wo habe ich jetzt schon wieder das Gold her? Vom Glücksrad, oder was? Dungeons. 56%. Ey, bald bin ich durch mit dem Dämonenportal. Das ist so krass. Letzter Gegner der Welt. Oh Mann, da knallt der direkt nen Krit. Wie soll denn das was werden so? Wie soll das so was werden? 11% waren das und 10% halte sich jeden Tag. Hier machen wir mal schnell die Begleiter. Wasser gegen Wasser. Sehr schön. Rang 12 mittlerweile. Wieder. Da zockt man mal ein paar Tage nicht und steigt auf. Es ist so, wie kann ich, wie kann ich, darf ich da sein? Greifen manche mit Absicht an, dass ich Ehre gewinne, weil sie mich mögen und wollen, dass ich darauf komme. Die Top 9 haben alle 100 Begleiter. Und ich habe 96 und bin hier irgendwo zwischen all diesen krassen Leuten. Das Problem ist einfach, mir fehlen. Überall fehlt mir noch so ein Zipfelchen von irgendwas. Zum Beispiel hier der letzte Ding ins Kirchen. Begleiter, Schattenportalgegner und solche Dinge. Ei, 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 Mine. Aber egal. Das passt schon. Das passt schon. 20 Begleiter hat der bei Wasser. Da kann ich nur Licht nehmen. Da kann ich ernsthaft nur Licht nehmen. Ohne Licht geht das nicht gegen 20, denn der hat doch diesen, wie heißt der, nicht Hydrosphere. Ja, Tritusdach. Heißt der Tritusdach? Tritusdach, da steht es ja. Genau. Uh, das wird eng. Eine enge Angelegenheit. Komm, Kilrich noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Ei, 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 ei. Nur 50% Lebensenergie habe ich vorsprungen. Und jetzt noch ein kritischer Treffer, Heraldon. Ich sagte kritisch, das sind die Roten. Ja klar, jetzt kommt ganz am Ende der Krit. Ui, 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 ui. Das wird ein knapper Kampf. Kleine Vorarbeit geleistet. Und die ist schon wieder weg durch. Dreimal, viermal Ausweichen hintereinander, fünfmal Ausweichen hintereinander, sechsmal Ausweichen hintereinander. Heftig. Aber jetzt zwei Krits. Uh, die Pfeffern rein, die Pfeffern ordentlich rein. Jawohl, aber ganz ehrlich, das habe ich auch verdient. Das habe ich auch verdient. Sehr schön. Na dann, fütter ich dich schon mal. Was haben wir hier? 930 mit 19. Dann würde ich sagen, versuchen wir es mit Schatten. Die Chancen stehen nicht so gut, aber Versuch macht klug. So, wo die Kämpfe am Anfang, ja, das weiß man ja nicht so spannend. Uh, ich führe gut. Ich führe sogar sehr gut. Jetzt nicht mehr. Boah, der ganze Vorsprung wieder weg. So, gleich auf. Außer, dass ich begonnen habe. Uh, sehr schön. Kommt, Hornox. Den gab es am Freitag, den 13. Wer sich den nicht geholt hat, hat jetzt ein Jahr, äh, nicht ein Jahr, aber dieses Jahr nicht mehr die Gelegenheit dazu. Erst wieder 2018, dann kommt Freitag, der 13. So, genau. Und übrigens, bald Halloween, Dingenskirchen. Da kann man dann, komm, 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 komm. Wiu, wow, das war knapp. Das war mega knapp. Spannendster Kampf der Welt, Fragezeichen, Rufzeichen. Geht schief. Ärzte hassen diesen Jungen dafür. So, schöne Special Quest. Gibt es aber ein bisschen weniger für 4 Millionen Gold. Dann nehme ich mal an. Ähm, genau. Also, spielt noch schnell Fahrer Mumpfrei, denn während des Halloween-Events, sobald es eine Pilz-Dieler-Halloween-Aktion gibt, wenn der Button hier blinkt, dann kann man auch diesen Begleiter finden. Und zwar, in welcher Zone? Schwarzwald. Denn der ist für viele Leute, die da noch nicht weiter unten sind, definitiv auch nicht so schlecht. Wenn man da, keine Ahnung, wie kann man da vielleicht wechseln? Von Anglion zu dem. Wie habe ich es gemacht? Ich glaube, Anglion und dann Ninja. Ich weiß es nicht mehr so genau. Okay, Wasser 20. Ich habe meine mit 20 und mit den Kundschaften schon weg. Also, mit Erde und Feuer werde ich hier nichts mehr reißen. Dann belassen wir es mal dabei. Hm, was habe ich gemacht? Gemacht, gemacht, angegriffen. Rang 26 hier. Begleiter geht auch klar. 12, muss ich sagen. Boah, aber... What? Wie hat sich ein Bogie so einen Ehrenvorsprung rausgearbeitet? Das wundert mich gerade. Ich habe nie so auf die Erde geachtet. Wie ist denn das möglich, alte Schwede? Bekommt man den nicht mehr als Gegner dann? Sodass er nur angreifen kann und gar nicht verlieren kann? Was? Wie kann der 9000 mehr haben? Weil hier sind alle ziemlich eng beieinander. Heftig. Naja, wir sind eben die Endgegner. Wir sind bei den Endgegnern. Alles klärchen. Dann würde ich mal sagen, ist der Server durch? Der Server ist durch. Oder klicken wir noch die Splitter an, die schwebenden Kristalle. Dann habe ich sie alle, bevor ich hier das Ganze nicht schnalle. Hier ist die Sache. Ringe. Ringe? Ringe. Ach, das ist ein Anzeigefehler vom anderen Server. Na gut, dann weiß ich nicht, was hier heute dran ist. Das Problem, ich habe keine... War das schon im Klo? Jo. Hier wird die Mine ausgebaut. Das heißt, ich bekomme gerade keine Edelsteine und will die Großen da nicht reinschmeißen. So, weil der, den kann ich... Also, jetzt weiß ich nicht so, was ich da... Alu ist schon durch. Weiß ich nicht so, was ich da reinwerfen soll. Eine Stunde muss ich noch. Genau. In die Toilette. Das ist ein bisschen traurig, denn seht ihr diese Steine an? 350 für den schwarzen Edelstein. Den kann ich hier selbst gebrauchen. Aber, was ich gebrauchen kann, ist definitiv mal so ein Trank. Den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich. Die kaufe ich raus. Dass eventuell was Nettes nachkommt. Nö, da kommt nichts nach. Jetzt füttern. Ich habe mich einmal verklickt und habe irgendwie hier was Falsches gefüttert. Mann, Mann, Mann. Aber Hydrosphere ist jetzt schon ziemlich krass mit am Start. Also, mit dem Kollegen kann ich schon ordentlich was reißen, muss ich sagen. Gut, und da greife ich direkt mit Wasser an. Also, ich glaube, Hydrosphere kann momentan in meiner Ehrenregion niemand das Wasser reichen. Hoffe ich zumindest. Denn ich hoffe nicht, dass ich die starken Gegner schon bekomme. A Turtle und... Oh, Hydrosphere 58 gegen 68. Aber hier sind 10 Level eigentlich schon ziemlich krass. Also, das müsste... Das müsste definitiv. Seht euch das an. Klar. Sehr schön. Sauber. Fünf Ränge aufgestiegen. Und da bekommst du direkt nochmal ein Häppchen. Nein, du bist schon satt. Aber sowas von satt. Du hast es schon satt, von mir gefüttert zu werden. Na gut. Ein Rang aufgestiegen. Wo bin ich hier? 91. Sehr schön. Geht voran, auch auf diesem Server. Nur nicht im Dämonenportal. Aber jetzt habe ich den XXL-Geschicktrank. Da könnte eventuell was vorangehen. Gestern 9% gemacht. Komm jetzt. Heute aber. Der Trank, der ist schon ordentlich heftig. Bitte noch einen übernehmen. 404 Angriff nicht gefunden. Schade. Schade. Schoko zu der Lade. Rabiater Räuber. Da muss ich mich hier auspowern. Meine Wut und meine Aggressionen rauslassen. Gegen den Fiesling. Und... Biams. So, was hat ihr hier? Geschickausdauer. Panzerhandschuhe. Weg damit. Obwohl sind die heute als Zutat dran. Ich weiß ja noch immer nicht, was da heute dran ist. Egal. Glücksrad. Da kann ich auch ein bisschen drehen. Drehen, drehen. Moment mal. Festung habe ich mir alles abgeholt. Wie viele Ressourcen? Die ist das? Fünf Tage noch. Okay. Drehen. Drehen, drehen, drehen. Und wir drehen. Und drehen. Und wenn sie nicht gedreht sind, dann drehen sie sich noch heute. Drehen sie sich noch immer. Erfahrungspunkte. Große Holz. Großes Holz. Großes Holz. Fast dreimal hintereinander. Und nochmal großes Holz. Biam. Ist nicht schlecht. Ritterhalle. Da brauche ich Stein. Schmiede. Da könnte ich was ausbauen. Zum Beispiel die Soldaten. Aber das kostet auch so wenig Holz. Dafür viel Stein. Ich muss mal warten. Fünf Tage noch. Und dann muss ich mir überlegen, was ich ausbauen möchte. Denn wenn ich jetzt ausgebe, ist das nicht so fein. Der Little John hätte ein bisschen was für mich. Aber nicht allzu viel. Aber wenn ich angreifen will. Das haben mir auch ein paar Leute wieder in die Kommentare geschrieben. Das stimmt schon. Ihr habt recht. Dann müsste ich die Soldaten ein bisschen pushen. Denn ansonsten wird das nicht. Aber ich will jetzt mal die Ressourcen sparen. Oder wenn es nichts wird bis dahin. Muss ich doch die Soldaten hochleveln. Und mir Ressourcen über Angriffe holen. Keine Ahnung. Mal schauen. Boah. Nur noch vier Stunden. Dann bilde ich die mal lieber aus. Bilden wir die Kollegen aus. Und genau. Dann würde ich mal sagen. Wie sieht es hier aus? Oh, da kann ich bald spülen. Sehr schön. 915. Moment mal. Ein Item gibt 25. Dann sind wir drei Items 75. Ja. Wird sich wieder nicht ganz ausgehen. Egal wie ich das jetzt machen würde. Obwohl. Mit drei Steinen. Einstein 30. Albert Einstein. Drei Steine 90. Das würde passen. Ansonsten vier Items. Ja. Ist im Prinzip egal. Aber ich habe jetzt nur diese guten Steine. Und die will ich nicht. Dann muss ich in meinen Tag länger was reinwerfen. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Und ich nehme. Was nehme ich denn? Den guten für die Handschuhe. Aber ich habe hier zum Beispiel im Gürtel. Der auch halbwegs aktuell ist. Den richtig schlechten. Ich glaube das mache ich so. Von 324 auf 350 aufgewertet. Auf alle Attribute direkt 26 dazu. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und ich glaube einen schwarzen Edelstein. Der ist echt gut. Den hebe ich mir noch auf. Für schlechte Zeiten. Jo. Und in dieses Osternestchen. Kommt der definitiv. Mehr als 100 geschickt dazu. Sauber. So lässt sich's leben. Ja. Aber Edelsteine leider rar gesät jetzt aktuell. Na gut. Ansonsten würde ich mal sagen. So. Für dieses Video war's das. Bin schon gespannt. Neuer Server. Wie gesagt. Bitte nicht. Nehmt mich nicht beim Wort. Ich verspreche nichts. Es kann sich immer was ändern. Und so. Aber Bock hab ich. Bock hab ich auf jeden Fall. Bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach. Brems nicht so weiter. Bup. Bup. Bup.